über freie gar nicht so viele leute hier sage ich mal eigentlich niemand ich würde sagen wir sind allein kann man ganz entspannt looten würde ich sagen aber guck hier ist kein abgesprungen die springen alle in die stadt oder ich denke ja rätst jemand ein ja ich denke auch oh nein ist schon die M16 am Start mein Freund und und die AK bei mir also wenn du was brauchst kommt zu mir Weste und AK äh ich mein Gott wenn ich den jetzt finde ich hab ne Umpe das eine würde ich mir holen komm 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 zu mir also ich hab jetzt erstmal hier ist auch ne 1er Weste noch 2er Weste sogar komm rein zu mir ja ich komme gut ich geh hier hoch unten ist noch ne 2er Weste ja ist die Knarre um oder was ich leg dir die M16 mit 90 Schuss raus ja ach spielst du lieber AK ok ja Kammelknarre die spielt glaub ich irgendjemand gerne das Problem kein Helm ne ja das ist wohl wahr und der Helm ist halt warst du hier noch nicht drin ne Lass mal hier hinten rausgehen und das Nachbarhaus hast du einen Helm? ja ich brauche noch einen da geht zum Mörder ab naja da haben mega viele hier abgesprungen AK auf jeden Fall da liegt noch ein holo falls du noch gar nicht staust nein ich hab ich hab wie gesagt Helm wär ganz nice weil sonst kann ich mich gleich einsagen lassen mhm kann ich ja so schnell machen irgendwo schräg rüber die Straße ja selber keinen siehst du einen naja das ist auf jeden Fall aber die Tür oben offen also da sind definitiv welche drin da ist hinten rausgehüpft wahrscheinlich na gut wir müssen eh weiter also das ist ja geh ist das Kirche? kann sein keine Ahnung geh rechts rum hier ist nochmal ne 1er Weste falls du noch nichts hast ein 2er ich hab kein movement ich brauche einen scheiß Helm ey das gibt es doch gar nicht hier ist nichts weiter außer ein 2er Helm und 1er Helm und 1er Helm Kasten also hier Straße crossen hier in dem Haus hier war ich auch noch nicht drüber ok ok na gut dann hier ist ein Helm oben ich hab da einen 2er alles gut ach so du hast einen 2er alter ach naja ist keiner tot die campen wie die letzten Hose ich höre halt auch null Bewegung ne also das kann es effektiv gar nicht sein ja jetzt sind alle auf der anderen Seite der Stadt glaube ich aber gut jetzt sind da schon weiche nix mehr geschossen also ich sehe auch nichts also von daher ah die werden sich schon alle weggeknispelt haben jetzt gut wir sind halt zumindest voll drinnen ja von daher können wir uns ganz entspannt zurücklehnen ja ok hier ist so ein Daktarev mega Maschinengewehr oder die DP die ist mega genau wenn du dich hinlegst und die trommelt halt die hat 47 Schussmagazin ok also wenn du ein Auto vorbeifährt das kannst du mal weg trommeln ok ohne Probleme ein random drop hätte ich gar nicht gedacht ja das ist Auto Auto Moped aber irgendwo in der Stadt fährt raus ja und vor dem Westen glaube ich cool die habe ich noch nie gehabt glaube ich ja wie gesagt also wenn du dich hinlegst die ist mega krass aber so hat die mächtig Dampf auf den Kessel also die die verzieht richtig dann ja hier ist ne Ump Moped kommt wieder oder wo jetzt der letzte Überlebende glaube ich Last Unicorn Unicorn I have a life auf dich oder was ne 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 aber von 155 glaube ich fangt vor allem wie ein Schuss der sich aus Versehen gelöst hat hier ist ne Skale drinne was ist nu also was sagst du ja ich würde sagen was du lieber spielst also ich behalten meine M16 also du willst nichts davon haben nö nicht bald mein Umpe 2er Rucksäcke bei mir wenn du noch großen Rucksack brauchst ich hab schon ich habe einen großen noch mal M16 hier sind 100 pro die irgendwo die Hurensöhne hier brauchst du einen minusferdämpfer für AR? ne war? ja ja klar ich hab noch geruscht danke der schuss kam auf jeden fall aus südosten da aus der stadt und da ist eigentlich mehr viel war mit dem großen hier schon drin? ja ich denke ja ich bin übers dach raus ja da ist glaube ich eine tür offen gewesen vor uns hier in dieser kleinen kammer ja aber hier war noch keiner drinnen noch mal ein zweier helm wenn du noch keinen hast ich hab glaube ich noch keinen wo war der? hier links von mir die helft des servers ist schon wieder tot wir haben also hier links ist warte mal warte mal bevor wir jetzt irgendwie bewegung machen also hier links von uns ist so eine baracke offen und das warst weder du noch ich also hier hat sich jemand definitiv durch bewegt guck mal hier das fenster kannst du raus gucken hier dieses kleine links dieses barackenartige gebäude wirst du? ja ich vermute mal ist ja auch irgendwo in den häusern hier rum die häuser da drinnen die türen sind glaube ich auch offen ja die gasen da jetzt irgendwo drinnen ab denke ich mal ja okay bomben wollen wir das abwarten oder? ja ach hier ein guter sniper ja kannst du auch mit warte bällchen werfen wir haben eine suchrakete würde ich mal sagen ja 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 Wie die Sache normalerweise ausgeht, können wir gar nicht probieren, aber... Na dann los, reinladen. Ich komm jetzt durch die Granaten zu starten. Sektor clear! Oh, er ist kleiner. Ja. Aber jetzt kannst du wenigstens pushen, da hört sich nämlich keiner. Ja. Er ist halt immer noch drin, das ist wahrscheinlich eher der Trick hier rauszukommen. Flieger? Schön entspannt die Hackenplatz sitzen, würde ich sagen. Oh, der fährt genau an von Schinkie vorbei, ne? Wir müssten uns wahrscheinlich irgendwie hier trotzdem eher zentral irgendwie versuchen zu bewegen. Ach. Auf dem Berg kommt er runter. Wollen wir, oder was? Naja, ist viel zu weit. Wenn wir da sind, da sind wir schon dreimal erschossen. Ja. Aber wir müssen hier eh raus, ne? Also das bringt jetzt so oder so nix. Richtung Hügel. Richtung Hügel? Naja, klar. Richtung der Drop im Prinzip. Ist die Mitte des... der Zone. Da ist auch noch ein Drop auf Süd. Zwei mal getroppt, krass. Ja, ich mein, wir können da hinlaufen und gucken, was passiert, aber... Ich hab kein Visier, du hast kein Visier. Ich weiß schon, wie es ausgeht. Okay. Wieder mal ideale Voraussetzungen, aber... Selbst mit Visier reiß ich ja hier kein Dorsch, also... Naja, bloß, ich sag mal, aus der Stadt raus, weil es ist schon die richtige Entscheidung, also... Ei... Und in die Red Zone rein. Ja, aber mittendrin... Na, lass mal erstmal hier vorne in die Stallungsgebäude reingehen. In die wahrscheinlich besetzten Stallungsgebäude. Würde mich zumindest nicht wundern. So ein Fick, Junge. Weil ich hab mal mit einem Kumpel gespielt, der hat uns wirklich mit einem Artillerieschlag parallel beide erwischt. Geil. Aber Spiel, Game Over. Bumm, ein Einschlag, beide tot, vorbei. Oh, hier war noch keiner. Wollen sie rein. Können sie rausgucken. Ich hab das gehabt, bei mir war es so... Hier ist noch ein erweiteres Magazin, ich bring das mal mit. Bei mir war es so gewesen, äh... Im Squad gespielt. Die erste Bombe trifft mir voll auf die Mütze. Und dann kommt noch mal eine danach. Hast dich dann rausgeguckt. Leute. Alter, mega laut. Freier Weste, hallo. Vor allen Dingen, ich hör den Sound bei dir. Über dein Headset, alter. So, brauchst du ein Magazin? Verweiter das AR-Magazin, brauchst du das? Ähm, ne. Okay. Na dann, weiter geht's, ha? So, weiter laufen, oder willst du noch drüben ins Gebäude rein? Hm, Gebäude. Ja. War hier nicht ein Schalldämpfer? Ah ne, ist ein Magazin. Aber hier ist ein Schalldämpfer. Wer ist da? Ah, ah, ah oder was? Ne, äh, ist okay. Mach mal 5, 5, 6er Munition. Hohundlöcher. Wo wir noch in die roten Gebäude? Ich glaub da ist auch keiner. Ich würde vielleicht da sogar eine Weile sitzen und die aus Pochinki abfangen. War's im roten oder hier, wo du grad drinnen bist? Im roten, ja. Guck mal von hinten reinkommt. Von hinten reinkommt. Äh, offen, offen oder zerbombt. Aber ich glaub zerbombt, ja, die Tür ist ganz weg. Das ist natürlich nicht gut. Da hörst du nicht, wenn sie kommen, ne? Ich bin am 4er-Visier vorbei gerannt. Bin jung. Ich oder was? Ja. Sehr gut. Falls hier jemand nochmal nen Headshot kriegt, haben wir auch nochmal schön 2er Helm hier drin. Ja. Oh, oh, der Drop ist geil. 320. Ich glaub wir landen genau auf dem Feld. Ah ja. Aber ich hab nix, womit ich da hinvisieren könnte. Mann. Ich kann und ich werde. Ah tu das, ich... Oh, da läuft schon einer. Da läuft schon einer hin. Ein zweiter Mann dahinter im Waldstück. Naja, sind zwei. Geil. Das waren zwei Teams, ne? Na fuck, Mann. Krebelt da hinter der Düne da rum, ne? Und rennt weg. Geil. Und ich treff ihn vor allen Dingen nicht einen Meter, alter. Wie weit ist denn das weg? Zählen gar nicht mehr, worauf der jetzt schießt. Ja, ich hab nochmal Probe übergeschossen. Ich muss auf den Strich da drunter zählen, alter. Was ist denn das für ne Scheiß? Das ist doch keine 400 Meter nicht. Was? Umarmen sie sich gerade beim Drop? Ja. Und wir müssen richtig runnen. Aber richtig. Ja, haben wir ja schon mal gepflegt die Füße in die Hand nehmen, ne? Das können wir machen, ja. Das ist ärgerlich, ey. Da fehlt mir einfach die Spielerfahrung, ne? Ja. Das finde ich eben auch, ne? Ja, also grad zu... Deswegen sag ich so, Mid-Range, Short-Range rege ich mich gar nicht auf. Aber was man so, äh, Long-Range alles vergeben hat schon mittlerweile, das muss ich gar nicht wissen an Kills, ne? Weil da immer, ich weiß ja, das ist glaube ich halt auch das, was Clooney immer geguckt hat, da mit diesem Streamer, der dann halt genau weiß, wo er halt mit dem Kader irgendwie hin aimen muss. Ich treffe ihn aber auch gar nicht, er liegt da ganz entspannt, ne? Ey, so ein Mist. Hast du den gesehen? Ja, aber das war jetzt ja mehr als, äh, Lakshad. Ich hab ja wie gesagt nur ein Hallo, äh, Holo, ich seh gar nichts. Ja, ich hab einen Vierer und treff trotzdem eine Stelle. Lass mal das Gebäude hier, ich hab da schlechte Erfahrungen gemacht. Lass uns das mal zumindest clearen hier vorher. Ich hab keinen Bock, dass jetzt hier da einer drinnen abhockt und uns beim Vorbeirennen abknallt. Das ist mir schon mal passiert. Ja, hier ist auch ein Koffer drinnen, ich grab mir den mal, sonst nix weiter. Hast du einen Vierer oder was? Ja. Und wie gesagt, nix getroffen mit dem Ding. Ja. Gut. In allen möglichen Höhen. Wieder umlaufen was? Ich hab's nur markiert, dass wir wissen, wo es ist. Wir können's auch umlaufen oder wir clearen's und nehmen's als Position. Ja. Wir können auf jeden Fall mal reingucken. Wir werden auch schon wieder gute Kommentare im Chat gegeben. Mit der AK ist es einfach zu aimen, einfach auf die Nüsse halten und das zieht schon alleine nach oben. Ja, aber Infight ist halt immer ne andere Geschichte. Infight stelle ich mich auch meistens nicht so an. Ja. Aber Entfernung ist halt... Das seh ich auch so. Mit diesem scheiß Russen-Visier, mit dem Vierer, alter. Da hast du auch keinen Bolzen, alter. Ja. Nochmal ne Rumpel, dann nehm ich mir mal. Ich denke mal, wir werden ein paar Leute an... anpeilen. Ja, und dann lass uns irgendeinen Raum suchen, der sich gut verteilen lässt. Der hintere Rechte ist, glaube ich, ganz neat dafür. Naja, so hier. Ein Fenster am besten gucken, wenn einer kommt. Genau. Lass doch hier drinnen bleiben erstmal, oder? Ja, ja. Bleib hier. So. Ach. Und immer dieses Hinterherrennen zur Zone, ne? Ja, ja. Aber richtig, alter. Fick, ey. Na ja. Gibt, was willst du machen? Mal kurz den Rücken gucken, ob was kommt. Ja, ja. Schon klar. Ich glaube nicht, oder? Wenn, dann kriegen sie ja jetzt auch schon langsam wirklich richtig Damage. Ja. Schießen die, ne? Hast du noch 5, 5, 6, Moni? Ich hab noch was, ja. Dann kannst du mir, ich hab nur 40 Schuss. Kannst du mir vielleicht noch 20 oder 30 geben, oder? Warte mal, ich brauch eh nicht so viel. Nein. Hast du ne SR zufällig? Naja. Schön wär's. Danke. Okay. Einen Ding. Einen Ding. Schießt das hier links in der Häusergruppe, oder? Auf jeden Fall. Also Häusergruppe oder noch dahinter, aber es hörte sich an wie Häusergruppe. Da vorne steht ein Dutch, ja. Könnten wir theoretisch nehmen. Können wir nehmen, ja. Im Prinzip ja. Auto, Auto. Ich hör nicht mal was, Alter. Der war links, also an der Häusergruppe definitiv war Auto. Hab ich gehört. Fuhr irgendwas los. Dutch, wir können uns doch bloß Feuer überlegen, wo wir dahin eiern wollen. Ah. Da laufen sie. Links. Hinterm Baum. Hinterm Baum. Ah ja, Alter. Ein Schuss. Das ist doch nicht wahr. Ein Schuss. Ja, ist doch. Ja. 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 Das ist klar. Ey, das ist so ein... Wo ist sein Kollege? 2 Schuss. Ich hab das gesehen, der hat dich gekarrt. Das war ein Schuss. K-Headshot. Der zweite war in Circle. Sehr cool. Ja, also den Kollege wird ihn jetzt holen. Werner Dorsch. Ist klar, ey. Quatsch, Alter. Pass mal auf, der wird mich jetzt mit der Car aus dem Auto holen. Es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Doch, naja. Zweierhelm ist Insta tot mit dem Car. Der hat einen Schuss. Der hätte mich ja noch holen können. Der hat einen Schuss zum Down. Einen zum Gib. Das kann ja nicht sein. Also... Wie viel lang musst du haben, um zwei so eine Dinger abzusetzen? Also... Ein bisschen, ne? Ich hab mich halt bewegt. Ich war jetzt nicht, äh... Ich blieb ja nicht stehen. Oder liegen. Scheiße. Fahr weiter. Hinter dir würd ich sagen, oder? Ja. Ja. Schön, Alter. Wenn er das war, dann... Ey, das kann nicht sein. Ich muss zurück. Da rechts, Bewegung. Ah, Hügel. Rechts, Hügel, Hügel. Hügel, Aufwärtsfahrer. Richtung Drop lief einer gerade. Das ist schon weg wahrscheinlich. Ne, ne, weiter links war einer. Den Drop nicht mal auch da. Ja, mega ärgerlich, Alter, ne? Das ist schon... Jo, Digga. Jo. Du gehst doch um die Ecken rum, Kollege. Hat ein Schmetterling für den Gegner gehalten. So, echt fast überlegen, ob du weiterfährst. Ja. Ist sonst wahrscheinlich am Ende auch egal, sag ich mal. Und den Wagen dann irgendwie als Deckung nutzt, weil... Ob du das jetzt läufst und dich abknallen lässt, oder versuchst du irgendwie mit dem Auto eine geile Deckung zu finden. Wahrscheinlich auch selber. Das war so klar. Ja. Jetzt kommt... Habe ich jetzt echt den Hut offen, ne? Du musst halt reinlaufen, was soll's. Bist du eh wahrscheinlich. Das war's jetzt eh, denke ich mal. Ich hab auch keine Heilung mehr. Echt jetzt? Okay. Oh, gut. Na, das war's dann im Prinzip. Ich könnte die gleiche noch looten, aber da haben sie ja draufgepflastert auf mich. Ja, der kommt ja auch schon. Kommt mit einer Mega-Geschwindigkeit. Kannst du im Prinzip jetzt schon loslaufen. Ach. Open Field, Mensch. Oh. Ach, geil. Läuft bei mir. Ja, was willst du da machen? Das ist wieder Karma, Alter. Ja, ja. Ja, Mann. Fickt euch doch, Alter. Was willst du da machen, Alter? Ja, Mann. Ich hab's gewünscht. Mach jetzt.